Super, ich teste heute mal ein anderes Modell von den Retevis PMR Funkgeräten. Habe ich schon wieder eine Weile nicht gemacht. Wir haben ja jetzt Frühling, ist wieder so die Zeit, wo ich gerne Funkgeräte teste. Und diesmal sind es halt, habt ihr ja gerade gesehen, sehr kompakte Geräte von Retevis. Und zwar habe ich hier die RT618. Wie gesagt, wenn ihr euch Funkgeräte kauft und ihr seid kein Amateurfunker, achtet immer darauf, dass es lizenzfreie Funkgeräte sind. Und PMR Funkgeräte sind lizenzfrei. Die könnt ihr normalerweise total bedenkenlos verwenden. Und das zeige ich euch heute mal in meinem Unboxing und Reichweite-Test. Wie gesagt, ich habe immer verschiedene Teile in meinem Video. Ihr schaut gerade den Einführungsteil. In Teil 2 packe ich die Funkgeräte mal aus, zeige euch ein paar Aufnahmen. Die sind nämlich echt ganz lustig designt. Die haben in der Mitte so einen Knopf, wo man draufdrücken kann. Und ja, dann laden wir die auch mal auf. Und in Teil 3 gehe ich dann mal raus, mache so einen Reichweite-Test auf meiner Reichweitenstrecke. Da laufe ich immer die gleiche Distanz und vergleiche so, wie haben sich verschiedene Funkgeräte auf dieser Strecke klangtechnisch verhalten. Könnt ihr auch so ein bisschen orientieren. Wie gesagt, ist immer nur ein Richtwert, denn PMR Funkgeräte sind halt lizenzfrei. Die haben nur 0,5 Watt und 0,5 Watt ist halt eine relativ geringe Sendeleistung. Und das heißt eigentlich nichts weiter, als dass die Reichweite immer umgebungsabhängig ist. Wenn ihr jetzt irgendwie krass die Hindernisse habt, ja, fette Betongebäude oder ihr seid irgendwo in der Stadt, ist natürlich klar, bei einer geringen Sendeleistung verschlucken dann die Gebäude und die Hindernisse sehr schnell das Signal. Während wenn ihr eine günstige Teststrecke habt, so wie bei mir, ist die Teststrecke eigentlich relativ leicht für die Funkgeräte, dann, sag ich mal, ihr wohnt auf dem Land irgendwo oder ihr funkt von einem Berg zum anderen, dann habt ihr natürlich normalerweise auch sehr hohe Reichweiten. Deswegen auch immer im Laden, wenn ihr irgendwo seid und da steht in der Laden, überhaupt im Laden steht da irgendwie 5 Kilometer drauf, dann könnt ihr euch eigentlich gleich merken, wenn ihr irgendwo in der Stadt damit unterwegs seid, da kriegt ihr nie und immer nicht 5 Kilometer. Zumindest ist das meine Meinung. Aber auf meiner Teststrecke, da weiß ich ungefähr, wie es sich verhält und, ja, wenn ihr es im Prinzip genau wissen wollt, dann testet am besten mit irgendwelchen Funkgeräten, denn die haben ja alle die gleiche Ausgangsleistung bei euch vor Ort. Dann kriegt ihr auch relativ schnell ein Gefühl dafür, was für eine Reichweite ihr bekommt. So, jetzt habe ich eigentlich schon ziemlich weit vorgegriffen. Wie gesagt, Unboxing, Reichweitetest und dann noch das Fazit. Toll, dass ihr da seid. Los geht's! So, dann schauen wir uns die Reterius RT618 mal ein bisschen von der Nähe an. Wie gesagt, kompakte Taschen, PMR-Funkgeräte. Mal ganz interessant, das zu sehen. Wie gesagt, es gibt immer verschiedene Bauformen. Und kompakt ist natürlich auch ganz praktisch. Bei denen ist jetzt hier gar nicht so viel Zugehör mit dabei. Die Batterien hatte ich vorhin schon mal eingelegt. Und ihr habt halt hier USB-Ladekabel. Solltet ihr halt auch bedenken, habt ihr USB-Ladenetzteile dann ausreichend am Start. Zeige ich euch nachher auch nochmal ein zusätzliches Zugehör. Hier waren, wie gesagt, die Batterien drin. Und Nahaufnahme mache ich für euch natürlich auch immer hier beim Unboxing. Und hier sehen wir auch nochmal die Batteriekapazität. Ist hier angegeben mit 1000 mAh Lithium-Ionen-Batterie. Wie gesagt, wirklich super kompakt. Hier hinten könnt ihr dann noch die Gürtelhalterung all ran machen. Oder Belt-Clip, wie man dazu sagt. Ist aus Metall, auch ganz praktisch. Hält wahrscheinlich dann ein bisschen besser als bei Kunststoff. Wie gesagt, was mir bei Retevis gut gefällt. Die bringen auch immer neue Modelle raus. Also die sind wirklich fleißig, was Funkgeräte-Designs angeht. Also da kann sich eine deutsche Firma wirklich noch was abschneiden. Und interessant ist auch hier eine Sendetaste und hier eine zweite Sendetaste. Ich mache das jetzt hier mal an. Und es ist auch schon ganz schön laut. Ich kann dann die Lautstärke hier regulieren. Okay, das war jetzt die Kanalwahl. Dann ist hier oben scheinbar die Lautstärke. Genau, jetzt wird es leiser. Jetzt habe ich das quasi leiser gemacht. Und dann könnt ihr hier senden. Dann leuchtet es rot. Und dann wende ich hier mal noch das zweite Schnee an. Zweite Schnee an, mache ein bisschen leiser. Also ihr seht, das ist wirklich eine sehr minimale Bedienung. Ihr habt hier Kanal hoch und runter. Hier eine Sendetaste, hier eine Sendetaste und hier die Lautstärke. Das kann ich hier quasi mal drücken. Test 1, 2, 3. Und ihr seht, leuchtet auch schick. Also super gemacht. Extrem kompakt. Könnte ich mir auch vorstellen. Cool für Kinder zum Spielen. Aber auch für Erwachsene, was weiß ich, beim Campingtrip. Vielleicht bei irgendeinem Sport, beim Fahrradfahren. Irgendwas könnt ihr, kann ich jetzt gleich mal testen. Und könnt ihr euch ja überlegen, wofür ihr die am liebsten verwenden würdet. Wie gesagt, wichtig ist noch, es ist wirklich kein Netzteil mit dabei. Das wird hier über USB aufgeladen. Wenn ihr natürlich ein USB-Ladegerät, irgendeins habt, könnt ihr das natürlich auch nehmen. Ich hätte jetzt hier zum Beispiel eins vom iPhone. Könntet ihr anschließen und das dann so, sage ich mal, über Nacht aufladen. Und tagsüber die Geräte benutzen. Und alternativ, wenn ihr jetzt, sage ich mal, das wirklich ernsthafter betreiben wollt oder ihr habt mehrere Funkgeräte, dann gibt es hier auch noch so ein zusätzliches Ladegerät. Verlinke ich unten auch mal drüber. Da kann man sogar bis zu 5 USB anschließen. Also könntet ihr hiermit dann von denen zum Beispiel 10 aufladen oder wenn ihr welche habt mit einem einzelnen Docking, dann 5. Wie gesagt, den Extra-Charger habe ich auch lange gezögert, aber ich habe mir dann doch irgendwann besorgt. Und macht sich ganz praktisch, weil dann schon ich so meine anderen Handy- oder iPad-Ladegeräte und kann so immer meine Funkgeräte separat aufladen, ohne die von den anderen Geräten zu benutzen. Das war es erstmal soweit zum Unboxing. Wir springen jetzt zum Teil 3 in dem Reichweite-Check. Los geht's! So, erster Reichweiten-Testpunkt vom Retevis RT 618 hier mit 130 Meter an einem schönen Frühlingstag. Also sollte normalerweise kein Problem sein. Und ich gehe wie immer meine ganze Teststrecke ab und dann könnt ihr immer den Klang an. So, zweiter Reichweiten-Test. Zweiter Reichweiten-Test von den wirklich kleinen Retevis-Funkgeräten. Hier am Testpunkt Nummer 2 mit 240 Meter. Sollte erfahrungsgemäß bei Retevis auch kein Problem sein. Also die Funkgeräte sind normalerweise prima. 240 Meter vom Retevis. So, und schon sind wir am Testpunkt Nummer 3 angekommen. Testpunkt Nummer 3. Schöner Frühlingstag, Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Sollte hier den Reichweiten-Test zu machen. Wir sind jetzt bei 380 Meter. 380 Meter am Testpunkt Nummer 3 von den sehr kompakten Retevis RT 618 PMR-Funkgeräten. So, Reichweiten-Test, Reichweiten-Test von den Retevis-Funkgeräten. Testpunkt Nummer 4 sind wir jetzt schon angekommen. 470 Meter, 470 Meter. Und auf meiner Teststrecke, die sehr nachgebend ist. Das ist eigentlich normalerweise bei Retevis auch kein Problem. 470 Meter, Testpunkt Nummer 4. So, und Reichweiten-Test, Reichweiten-Testpunkt Nummer 5. Okay, super, wetter, die Leute. Ich bin den schönen Tag hier drauf auf. Testpunkt Nummer 5, mittels 620 Meter. Von den Retevis-TMR-Funkgeräten. Testpunkt Nummer 5, 620 Meter. So, und nächster Reichweiten-Testpunkt von den Retevis. Testpunkt Nummer 6, wird in 700 Meter Entfernung. 700 Meter Entfernung. Und manche Funkgeräte werden dann hier schwächer. Schauen wir mal, ob die Retevis den Test wieder bestehen. Testpunkt Nummer 6, 700 Meter. Also so, Leute, in Testpunkt Nummer 7 habe ich wieder ausgelassen. Weil er die Botschaft ist, hier sind wir beim Testpunkt Nummer 8. Testpunkt Nummer 8, und zwar haben wir jetzt 1 Kilometer erreicht, 1 Kilometer. Und wenn man das noch gut hören kann, dann ist das ganz ordentlich. Aus meiner Teststelle ich mit Testpunkt Nummer 8, 1 Kilometer. Bisschen weiter geht es auch noch. Mal schauen, wie die Retevis hier so performt. So, und nächster Reichweiten-Testpunkt von den Retevis-TMR-Funkgeräten. Testpunkt Nummer 9, jetzt mit 1,2 Kilometer. An dem schönen Frühlingstag. So bin ich mal ganz gespannt, ob sich das hier noch gut anhört. Manchmal haben die kleineren Funkgeräte so ein bisschen schlechtere Performance. Werde ich jetzt direkt mal vergleichen. Testpunkt Nummer 9 mit 1,2 Kilometer vom Retevis. So, letzter Reichweiten-Testpunkt für heute von den Retevis-TMR-Funkgeräten. Am Testpunkt Nummer 10, Testpunkt Nummer 10 mit ca. 1,5 Kilometern. Wenn man das noch hört, dann ist das für diese kleinen Retevis-TMR-Funkgeräte echt ganz super auf meiner Teststelle. Testpunkt Nummer 10 mit 1,5 Kilometer. Und in Retevis-Testpunkt Nummer 8, damit ist der Reichweiten-Testpunkt-Behandel. Ja, ausgezeichnet. Dann war es das soweit zu dem Reichweiten-Test von den Retevis-RT618. Und ihr habt gesehen, die haben eigentlich total gut performt. Dafür, dass das hier so kleine, kompakte Geräte sind. Und was mir halt auch gut gefallen ist, wenn man hier die Sendetaste drückt, dass es dann da hinten grün leuchtet. Gute Verarbeitungsqualität. Ihr müsst ja auch immer sehen, das sind wirklich günstige Geräte hier. Und dafür finde ich das eigentlich voll in Ordnung. Ein bisschen, was mir noch aufgefallen ist. Normalerweise, wenn man hier senden drückt, dann sendet es halt und hört auch gleich wieder auf. Ist immer ein kleiner Zeitverzug, bis die grüne Lampe verschwindet. Müsst ihr mal ein bisschen drauf achten, wenn ihr irgendwo in der Stadt wohnt, wo wirklich viel Funkverkehr ist, dass ihr dann auch vielleicht von den Kanälen 1 bis 8 vielleicht ein bisschen hochschaltet auf, sag ich mal, 9 bis 16. Ich glaube, die ersten 8 Kanäle sind immer ein bisschen mehr benutzt als die letzteren dann und dann könnt ihr so möglicherweise auch vermeiden, falls jemand anders funkt, dass es dann zu Störungen kommt. Aber wie gesagt, PMR-Funk ist ein Nahbereichsfunk und wenn ihr günstige Bedingungen habt, dass alles ein bisschen freiläufiger ist und ihr nicht so viele Betongebäude habt, dann kommt ihr eigentlich in der Regel auch relativ weit. Ich teste halt immer genau diese 1,5 bis 1,8 Kilometer. Das finde ich ist auf meiner Teststrecke so ein guter Vergleich. Aber wie gesagt, könnt ihr euch einfach ein Set besorgen und dann mal direkt bei euch vor Ort testen. Denn hatte ich ja anfangs schon gesagt, wenn ich es hier nochmal einblende, PMR-Funkgeräte müssten eigentlich immer, weil laut Gesetzgeber die gleiche Ausgangsleistung haben und deswegen mal abgesehen von der verschiedenen Bauart der Geräte müsste es eigentlich auch immer so ungefähr die gleiche Reichweite sein. Und das habe ich jetzt auf meiner Teststrecke mal für euch getestet. Ihr könnt natürlich noch weitere Videos vergleichen, blende ich euch hier mal ein. Auf meiner Kanalseite habe ich ganz viele weitere Funkgeräte getestet. Schaut ihr einfach für die Playlist Funkgeräte. Könnt ihr auch andere Hersteller vergleichen. Nicht nur Retevis, auch Floreo, Motorola und so weiter. Ich sehe euch als Abonnent und im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Und weil du dir gerade diesen Funkgerätetest angeschaut hast, kann dich auch einen Vergleich interessieren zu zum Beispiel wasserdichten Funkgeräten. Solche gibt es nämlich auch. Die habe ich auf meinem Kanal letztlich getestet. So wie hier diese Retevis RT648. Und die funktionieren auch ganz prima. Habe ich mal gründlich unter Wasser gehalten und die haben danach immer noch funktioniert. Und reichweitentechnisch waren die auch ganz okay. Kannst du auf meinem Kanal auch verschiedene wasserdichte Funkgeräte vergleichen, wenn du möchtest. Ich sehe dich als Abonnent und im nächsten Video. Ciao.